so hallo ladies and gentlemen kurzes video zu meinem neuen studio health fitness weinstadt das ich in kurzer eröffne am 10 mai ist eröffnung ich will es euch kurz zeigen wo es hinkommt ist ja noch baustelle und zwar sind wir hier in weinstadt endersbach direkt am viadukt und hinter mir ist das gebäude wo es dann eben rein kommt und zwar hier oben erstes obergeschoss komplett rüber über reisebüro schiller ja komplett erstes obergeschoss herz fitness weinstadt eröffnung 10 der mai wer jetzt schon sich entscheiden möchte für eine mitgliedschaft profitiert von günstigen mitgliedsbeiträgen jetzt im vorverkauf könnt ihr alles finden auf live fitness-weinstadt.de oder herz fitness-weinstadt.de wie gesagt voranmeldungen zu vergünstigten tarife und das ganze konzept wird auch auf facebook und auf der homepage erklärt also informiert euch und sichert euch gute preise wir sehen uns ciao 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 ciao